Seid mir gegrüßt, Freunde, willkommen auf Kubania, hier in Animal Crossing, der 291. Tag. Und ja, ihr seht ganz richtig, ich stehe schon wieder im Museum, habe wieder ein bisschen was gemacht. Ja, ich habe festgestellt, es geht tatsächlich scheinbar nur drei Tage. Heute ist der vierte Tag, nachdem Reinhard letztes Mal da war, also der 11. Januar. Und als ich jetzt nochmal zurückgedreht habe, bevor ich den 11. Januar aktiviert habe, habe ich nochmal zurückgedreht. Da habe ich nochmal was bekommen, seht ihr gleich. Und das wollte ich nochmal machen, dann ging es nicht mehr, da war Reinhard nicht mehr da. Also das heißt, dass es begrenzt ist, wie oft man das machen kann. Die letzten paar Tage wird sehr oft gemacht und ich habe ja schon gezeigt, vorgestern. Gestern habe ich auch nochmal ein paar Sachen und heute habe ich auch noch eine Sache. Sache, Gott sei Dank, hat er noch ein Bild dabei, was ich noch nicht hatte, wo er bis jetzt immer nur die Fälschung dabei hatte. Und endlich, endlich habe ich mal das Original. Und ja, ihr seht den Nackedei dort, das ist natürlich niemand geringerer als Galantstatue. 10. Januar. David, Michelangelo, ganz richtig meine Freunde, Michelangelo ist David, ja aus der Bibel, nicht wahr, um 1504 aus Mauer geschlagen. Der David, der halt Goliath, sich Goliath stellt und mit seiner Schleuder, die er über der Schulter trägt, dort zu Boden gebracht hat und so nicht wahr. Und ja, wie gesagt, dass sein Geschlechtsteil doch relativ klein dargestellt wird. Aber es ist anatomisch korrekt, haben Wissenschaftler festgestellt, weil man davon ausgewusst, dass er sich fürchtete in dem Moment, in dem er sich halt dem Goliath, also einem riesigen Typen, was auch immer, stellte. Und da, ja, ist der Penis halt etwas zusammengezogen, nicht wahr? Und daher ist es doch durchaus anatomisch korrekt. Die Statue zeigt den jungen David, wie er mit einer Schleuder über der Schulter seinen Gegner erblickt. Und, äh, Dings ist auch wieder hier, wie heißt der nochmal? Ich habe also schon benötigt mehr als drei Jahre für die Fertigstellung dieses Meisterwerks, ja, kann ich mir gut vorstellen. Betrachtet man die Augen, näher erkennt man kleine Herzen, die wohl nicht einfach darstellen sollen. Damals galten Herzen übrigens noch nicht als Liebessymbole, aha. Ja, die Fälschung, es gibt eine Fälschung davon, tatsächlich. Da hat er in seiner rechten Hand, trägt er dann ein Buch mit sich, das kann natürlich nicht echt sein. Ja, hier, und die, äh, Annette, genau, Annette heißt sie. Das ist also dieses berühmtige Mädel, von dem alle reden, kann ich verstehen, mäh. So lächelt echt nur jemand, der was zu verbergen hat. Warte mal, hast du nicht dieses Stück gestiftet? Ein wahrer Metzen, deine Großigkeit bereitet uns viel Freude, ja, danke dafür. Ein wahrer Metzen, ja. So, ja, die hatten wir schon alle, nicht wahr, die Venus von Milo, ja. Seht hier hinten, unsere erste Reihe ist komplett. Hier ganz lang. Ich glaube, den Flötenspieler hatten wir noch nicht, ne, und den, den hier. Und ja, sieht mal, meine Terrakotta haben wir, endlich haben wir den Terrakotta-Soldaten. Der war, ja, beim allerersten Mal war er dabei, da war eine Fälschung, die steht ja jetzt noch an meinem Hauptplatz da, ne. Und da war vielleicht noch zweimal dabei, also er war nicht so oft dabei. Und jetzt tatsächlich das Original, das Original hat halt keine, der hat, äh, ein Schwert oder irgendwas in der Hand. Der hat die Fälschung und der hat halt nichts in der Hand, der hat halt, der hat nur seinen Hinsen so verschränkt. Der hat hier den Flötenspieler, den gibt's nur im Original und auch den Bauern, hier gibt's auch nur im Original. Aber ich kann ja erst mal kurz, muss mal hier zeigen, damit ihr euch das mal ein bisschen angucken könntet. Äh, nein. Bild. Ja, so ein junger Mann, Junge in Uniform, der halt Flöte spielt. Hübschgemälde, 9. Januar, Pfeiffer, Benoit Manet, 1866, Öl auf Leinwand. Dieses frühe Gemälde von Manet zeigt einen jungen Flöthüsten in Militäruniform. Manets Werk sind bekannt dafür, dass sie lineare Perspektiven und starke Kontraste vermissen lassen. Dies brachte ihm den Titel, Vater des Impressionismus und auch einige Vergleiche mit Velasquez ein. Flötenspielern ist angeblich möglich, anhand des Bildes die Noten zu erkennen, die der Junge spielt. Ja, ich denke mal schon, dass man anhand der Haltung der Finger und so weiter erkennen kann, welche Not er gerade spielt. Das ist, denke ich, nicht so eine ganz große Kunst. Wenn man weiß, was genau für eine Flöte er hat, dann gibt es ja auch unterschiedliche Flöten. Und hier haben wir einen Bauern, das ist ein Bauern, kommen wir auch mal gleich zu. Läge ich auch gleich vor. Ich komme hier ein bisschen runter machen. Leider, warum man hier keine richtige Ansicht hat bei den Gemälden und so, verstehe ich auch nicht so ganz. Aber es ist halt, wie es ist, nicht wahr? Ja, der, ja, ein Bauer, der hier halt was sieht. Ja, Freunde, früher, mittlerweile gab es noch keine Maschinen, keine Drillmaschinen und so was. Da musste man alles noch mit der Hand auswerfen. Kräfte, Kraftgemälde, 10. Januar. Sämann, ja. Jean-François Millet, um 1850, Öl auf Leinwand. Dieses Gemälde von Millet zeigt einen Bauern, der auf einem Feldweizensamen aussieht. Es entstand, nachdem Millet Paris den Rücken kehrte, um aufs Land zu ziehen. Die Ähnlichkeit mit Werken von Van Gogh ist kein Zufall, denn Van Gogh ließ sich von diesem Bild inspirieren. Aha, jetzt wissen wir es. Und ja, hier ist sie, die berühmte Terrakotta-Armee. Kriegerstatue, 10. Januar. Terrakotta-Armee, unbekannt, 210 vor Christus-Ton. Diese Terrakotta-Krieger wurden dem ersten Quinn... ...kaiserbegrafig, weiß nicht, was man das richtig ausspricht. Ich glaube, sie spricht auch ein bisschen anders als Djinn oder wie so. Oder Kwan oder irgendwie so, keine Ahnung. Der erste, so Kwan, ne. Kwan-Kaiser begraben, um ihn in jederzeit zu beschützen. Knapp 2000 Jahre später, im Jahr 1974, und ja, für alle, die sich interessiert, das ist mein Geburtsjahr, wurde um... wurden um 8000 dieser Krieger entdeckt. Jede dieser Figuren individuell gefertigt. Pose, Gesicht sowie Kleidung sind einzigartig. Ja, wie gesagt, es muss schon ein großes... eine große Arbeit gewesen sein. 8000, so eine... ja, lebensgroße... Ich meine, es geht nicht um diese kleinen. Es gibt auch viele, viele von diesen kleinen Terrakotta-Kriegern, die gibt es auch. Aber es gibt nur diese großen, lebensgroßen Statuen, wo jeder Einzelne halt individuell gefertigt ist. Das ist schon heftig, nicht wahr, Freunde? Ja, hier fehlen halt noch zwei. Hier noch. Ja, und hier, endlich haben wir sie. Die haben ja schon so oft gehabt, Freunde, ihr erinnert euch. Warte mal, Dienstmarkt? Ja, Moment, ich gehst gleich vor. Ungefähr mehr. Aber eigentlich... Ja, ausblüten kann ich mich nicht, oder? Nee. Ob, Weichzeichner, Drama, Kino, Schwarz-Weiß, Sepia-Standard. Ja, ausblüten kann ich die Figur anscheinend nicht. Ja, hier... Hier seht ihr, auf dem Original hat sie halt diesen ganz dünnen Strahl am Milchkrug. In der Fälschung war das immer ein ganz breiter Strahl. Das Bild war auch sehr, sehr oft da, fast genauso oft, wie das daneben mit dem Perlenohrring. Was auch immer eine Fälschung war. Und seitdem ich das gekauft habe, gab es auch schon wieder ein paar Mal. Aber immer auch nur die Fälschung. Ja, also das ist schon ganz heftig. Wie selten manche Gemälde tatsächlich auftauchen. Ja, von Vermeer, wir haben es schon gelesen, Altertumsgemäße, 11. Januar. Ja, das war heute, ja genau, das habe ich heute gekauft. Also, ja, also heute, bevor ich die Zeit, wie gesagt, bevor ich das erste Mal den heutigen Tag aktiviert habe, wie gesagt, konnte ich noch einmal zurückreisen. Dienstmarkt mit Milchkrug, Jan Vermeer, um 1858, Öl auf Leinwand. Eigentlich 1658, Entschuldigung. 1658, Öl auf Leinwand. Dieses Stück brachte Vermeer die Titel Mal des Lichts ein. Besticht durch den Kontrast und Tiefe. Vermeer fertigte es im Alter von 25 Jahren an. Besonders auffallend ist die griechische Größe des Originals. Ja, was ist da auffallend dran? Weil die nicht so groß sind wie die anderen hier unten rum, oder was? Ja, wird halt nicht alle gemäldet, zwei Meter große. Ist halt nun mal nicht anders. Man, guckt euch die Mona Lisa an, die ist nicht mal 70 Zentimeter groß oder so. Und trotzdem das berühmteste Kunstwerk der ganzen weiten Welt, also. Ja, wie gesagt, ihr seht, unser Museum ist bald voll. Hier fehlen noch drei Statuen. Hier ganz in der Ecke, glaube ich, fehlt noch eine, genau. Und hier vorne fehlen halt noch die Reichen und Fujin Bilder. Und noch zwei, drei Bilder, dann haben wir es schon geschafft. Also, das ist schon ganz gut. Ich glaube, hier... Da gibt es auch noch so einen Spot, wo man halt so ein bisschen besser das überblicken kann. Also, ja, wir sind gut dabei, denke ich. Wie gesagt, ja, wenn ich das schon früher gewusst hätte, dass man das auf diese Weise machen kann, wie gesagt, ich bin da nicht so auf die Idee gekommen. Wie gesagt, die Idee ist mir so eingeschossen, weil ich gedacht habe, ja, das ist, wie gesagt, das bald rum. Ja, und ich will das nicht ewig fortsetzen, dass man das wenigstens mal ausprobiert. Hätte ich das schon voll haben können, aber wie gesagt, es ist absehbar. Es ist absehbar, wann das voll sein wird. Und wie gesagt, im März... Wie gesagt, ich hoffe mal, dass das... Wie gesagt, ich musste jetzt ziemlich oft hin und her reisen, weil ja oft eben nur Sachen, die ich schon hatte oder halt als Fälschung. Und daher... Ja, heute ist übrigens Lohmäusch da. Daher, wie gesagt, äh... Muss ich doch teilweise ziemlich oft hin und her reisen. Das wird sicher bei den letzten paar Dingern, die jetzt noch viel interessanter werden. Also... Wir werden sehen. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich das irgendwie hinkriege. Okay, ich gebe die Espresso-Maschine. Ja, ich habe... Ja, ja, Nuxlan, ja, ist gut. Nee, ich gebe nichts Besonderes. Okay, ich habe diese... Die Ecke nicht, aber daneben gehörende Element habe ich bei Rainer in blau erstanden. Ja, und Rainer hatte auch bei einem Besuch tatsächlich die Eisenbahn in Wintervariation nach... Also blöd, wie war ich sie nicht gekauft? Ich dachte, die habe ich ja eigentlich schon. Aber nein, die hat ja der Sebastian oder Bastian und nicht ich. Also da ärgere ich mich schon ein bisschen drüber, dass ich die nicht bei ihm gekauft habe. Aber na ja, ist egal. Damit muss ich jetzt leben. Irgendwann wird sie schon wieder auftauchen. Früher oder später. Ja, wie gesagt, man müsste halt die Bäume noch jeden Tag schütteln, um halt die zwei Sachen, die man da maximal kriegen hat, auch noch zu haben und so. Aber... Da kommen doch manchmal wirklich sehr seltene Sachen runter. Mal gucken, was der Schönes hat. Ja, ich möchte ihn umklären. Ja, ich trage aber noch diesen nahen Outfit. Der kann ich jetzt mal irgendwann wieder ändern. Oh, Muskelshirt. Ski-Jacke. Die aus. Gibt es da auch Hosen zu? Natürlich nicht, oder? Doch. Gibt es. Mal gucken, wenn wir mal eine andere Farbe nehmen. Also Frauenfahrend. Ja, entschuldige, wenn ich jetzt so sage, aber... Welche Hose gehört denn dazu? Die? Ja, muss ja. Na ja, gut, wir nehmen es mal spaßeshalber. Ach, so ein Barret. Barrette, oder was ich hier auch nicht ausspricht. Ja, noch eine geile, passende Brille, warum nicht? Ja, glaube ich, gab auch Ski-Stiefel, glaube ich. Und hier noch so einen blauen Hut dazu. Na, warum nicht? Mal was anderes. Ich glaube, es gibt auch Ski-Stiefel, tatsächlich. Weiß nicht genau, aber... Mal ein neues Outfit gekauft, warum nicht? Sie ist gut auf jeden Fall, ja, ja, ja. Gut, per Post nach Hause geschickt, blau, blau. Also, meine Freunde, ja, das war es schon. Ja, und nochmal Entschuldigung dafür. Ja, der Part ist... Ja, okay. Muss ja nicht immer so lang sein. Nochmal Entschuldigung dafür, dass der letzte Part ohne Abschiedsworte zu Ende gegangen ist. Leider, das Programm habe ich ein bisschen abgekackt und so. Tut mir wirklich sehr leid. Und... Ja, dafür jetzt hier... Ja, ich habe die Brauswertung, sind wir jetzt bei 190.000 Punkte, tatsächlich. Aber jetzt durch die Zeitreise habe ich etliche Bewertungen gekriegt, natürlich. Und... Ja, dürfte mich nicht mehr aufrechnen, das sei denn. Ich glaube, den sind schon abgesucht. Ja, guck mal ein wunderschönes Rosenfeld an. Ja, wie gesagt, mit den Goldrosagen ja einfacher vorgestellt. Dauert wirklich sehr lange, die vorzupflanzen. Wie gesagt, das sollte eigentlich Gold werden und das hier, die sollte nochmal noch Gold sein, aber naja, ist egal. Wie gesagt, hier die Dings blühen jetzt gerade, die... Ach, weiß ich, Kibliskus oder so? Nee. Kamil, hier glaube ich. Ja, ja, ich muss nochmal ein bisschen aufräumen, jetzt hier die ganzen... Dinko-Sachen mal wieder aufräumen. Und so. Ja, das mit dem Eis weiß ich nicht weg, noch stehen lassen. Ich denke mal, bleibt das Eis noch stehen, aber... Mit Weihnachtszeit, Herbst, ich denke mal, irgendwann mal wegkommen. Ja, also vielen Dank, äh... Aber komm, wir gucken hier nochmal kurz rein. Ja, wie gesagt, mit der... 4, 5 Tage und Futon-Schlafplatz. Ja, das ist... Das, was ich auch habe, diese japanische Schlafmatte. Sonst, sonst... Sonst konntest du da kommen, da kommt nicht ein Ding darin, und... Und wenn ich mal 3 Tage in der Zeit zurückreise, dann ist das Ding gleich gerammelt voll, ey. Ja, die wäre ich als Verhökert, das brauche ich alles nicht. Ja, also meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Part, nicht wahr? Ja, ich denke mal, irgendwann in diesem Monat wird Rainer nochmal reinschneiden. Keine Ahnung, wann es sein wird. Wie gesagt, heute war Lohmöist da, aber bei dem ich mich auch nichts weiter machen lassen. Da habe ich eigentlich alles auf mich so interessiert. Und... Ja, wie gesagt, wenn Rainer ja da ist, ich natürlich wieder mich melden und wir haben ein paar Zeitreise. Ich brauche mal die Zeit, die noch zurückstellen. Solange es mir halt möglich ist, um halt die Volkskriege und ja, wie gesagt, im März wird das Projekt wahrscheinlich enden mit den letzten Meerestieren. Da müssen wir eigentlich auch alle Events, ich weiß nicht, ob noch irgendwas kommt, eine Art Winterfest oder irgendein Februar vielleicht. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ja, ihr könnt mir auch mal sagen, wie euch mein Museum bis jetzt gefällt, die Kunstgalerie und so. Und ja, also bis dann, meine Freunde, bis dann. Bis dann. Vielen Dank.